Pah! Und dann geht es nach vorne, tcha tcha tcha, hu, tcha 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 und dann geht dann immer so ein bisschen weiter... Serien, Serien, dann schaue ich jetzt LOL, Last One Laughing, ich weiss nicht ob ihr das kennt. Da werden ganz viele Comedians in so ein Wohnzimmer gesteckt und man darf nicht lachen. Finde ich grandios, ich muss immer lachen und The Witcher habe ich auch fertig geschaut. Mein Traumberuf, ich bin tatsächlich noch Automechaniker und Bäcker geschnuppern. Obwohl, beim Bäcker habe ich schnell gemerkt, es ist mir einfach zu früh. Also das Bild der kleine Luca ist im 2 am Morgen mit seinem Töffli durchs Dorf gefahren und ich war einfach zu müde gewesen. Mein nächstes Projekt ist tatsächlich Tanzen. Es geht jetzt auf grosse Let's Dance Tour und ich weiss noch nicht wie das funktionieren soll, weil ich noch nicht habe. Der beste Dance-Move. Ich habe gerne tcha tcha tcha, aber tcha 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 geht so ein bisschen, weisst du, das fährt hier runter und macht so... ... ... ... ...